Wir testen heute eine belgische Fritterie und das soll eine der besten überhaupt sein. Guckt euch an, was ich hier wunderschönes habe. Fritten-Spezial, Kippkorn, Cassoufflé und Frikandel-Spezial. Ganz wichtig, es wird nicht an Soßen gespart und ich nehme hier direkt mal so eine belgische Pommes, ein bisschen Zwiebel, ein bisschen Mayo. Boah, das ist ja brutal. Das könnten mit die krassesten Pommes sein, die ich je gegessen habe. Perfekt knusprig, lauschig und weich innen drin. Wow, Kippkorn, Soße Amerikän. Wenn ich in Belgien leben würde, dann wäre ich glaube ich ein paar Kilo schwerer. Cassoufflé, Alter, ist das brutal. Tartar-Sauce, das ist wirklich alles bisher 10 von 10. Und zu guter Lett, Frikandel-Spezial. Vorbei, wenn ihr in Belgien seid, kommt ihr vorbei.